Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Die Folge beginnt mit einem Lacher. Du musst doch sagen, da sind wir wieder. Sind wir wieder. Freitag haben wir es. Eine neue Folge geht jetzt in die Pusche. Wir mussten gerade ein bisschen lachen. Ulf hat nämlich uns beiden, Peter, Intelligenz abgesprochen. Der auf wird nur erfüllt durch Intellekt, wenn du da bist. Ja, Leute, die immer denken, weil sie sich informieren, heißt ja nicht gleich intelligent. Hast du schon wieder deine Romeo und Julia Socken an heute? Ich habe nur noch Romeo und Julia Socken. Das ist so wirklich. Ich habe gar keine anderen. Die haben alle Löcher. Habt ihr noch welche? Ich würde euch welche abkaufen. Ich finde die cool. Ganz ehrlich, das müssen wir mal checken. Das sind die Marketing-Folgen. Geht um Mut. Mut und Marketing. Richtig. M.M. Mut vor allen Dingen. Peter hat mich inspiriert für das Thema, weil du Threats, für eine deutsche Zunge ist sehr schwer auszusprechen. Schlimm. Dass du bei den Protesten warst gegen Rechtsextremismus und dass dir das wahnsinnig viel Mut gemacht hat, dass da diese schweigende, anonyme Masse auf die Straße gegangen ist. Hat mir auch schon eine tolle Folge zu, wie ich finde. Und deshalb wollte ich in diesem grauen Berlin, wo die Nachrichten noch grauer sind, mit euch darüber sprechen, was euch denn so richtig Mut macht für die Zukunft. Woran ihr denkt, woran ihr euch festklammern könnt, wo ihr sagt, das gibt mir richtig Zuversicht. Oh Gott. Ich fange an. Ich habe heute in der Früh im RBB. Du weißt ja noch mehr zu leben als wir. Du brauchst mehr Mut. Richtig, ich brauche mehr Mut als Sie. Ich habe im RBB so einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen in diesem Morgenmagazin. Da wurde ein Mann porträtiert, Stefan, der ist 60, ist Pfleger. Und jeden Morgen um 5 Uhr steht er auf, einen kleinen Teil spenden, aber ein großer Teil von ihm selbst finanziert, kocht in riesen Behältnissen Suppe und Kaffee und fährt dann mit seinem Lastenrad durch Berlin an die Stellen, die man kennt, wo viele obdachlose Menschen sind und fragt nach, wie es ihnen geht, versorgt sie mit warmer Suppe, mit warmem Kaffee und ist zu so einer Art Bezugsperson geworden. Und das meinte er, das macht er, weil er als Kind selbst ohne Obdach war. Seine Eltern waren sehr arm. Und jemand, der dann auch noch Pfleger ist, nicht viel verdient in seiner Freizeit, um 5 Uhr morgens aufsteht und dann seine Touren macht. Ich weiß nicht, warum ich so emotional aktuell bin, aber da dachte ich so, ja, das gibt mir Mut. Solche Menschen, so kleine Begegnungen, wo ich mal denke, es ist noch nicht alles. Ich bin vorbei. Um mal ganz klein anzufangen. Nein, das ist nicht ganz klein, das ist ganz groß. Also das ist, solche Menschen inspirieren. Also dass man, und das, dann kriegt man wirklich immer so, warum kriegt man da so Tränen in den Augen, wenn man sowas hört und sowas, weil wir alle so eingefrorene Herzen schon teilweise haben. Und so zynisch teilweise auch sind. Ich habe das ja durch meinen Mann gelernt, weil der, der redet halt auch ganz viel mit, 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 gibt es auch ein anderes Wort für Obdachlose? Aber das klingt auch so komisch. Ja, Obdachlos ist doch eigentlich okay. 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 Der redet ganz viel mit Obdachlosen und dadurch habe ich dann wiederum auch den Mut gehabt, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und wir kennen die Obdachlosen, die hier rum sind, halt auch. Und das Lustige ist, das eine, die kennst du auch öfter, steht immer hier vor unserem Edeka. Und der hat mich dann halt auch als diesen Rosenstolz-Fuzzi erkannt. Und dann hat er gemerkt, dass ich so ein, dass wir so ein Lied Liebe kann uns retten für Roland Kaiser geschrieben haben. Und der findet Roland Kaiser so ganz toll. Dann wiederum hat er gemerkt, dass wir das Musical hier machen im TDW. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich setze dich auf die Gästeliste und bringe noch jemanden mit. Und dann ist, ist, ist der da reingegangen in das Musical. Okay. Und dann zwei Wochen später treffe ich ihn wieder. Und dann meinte ich, na, und warst du da? Und dann meinte er so, ja, und das hat mir auch gefallen, aber ich bin eingeschlafen. Ehrlich? Das fand ich so toll. Aber mein Kumpel, der fand es wirklich ganz toll. Und ich glaube, ich glaube halt, dieses, 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 also ich habe es an mir selber festgestellt, dass ich wirklich am Anfang so Angst hatte, mit den Obdachlosen mich zu unterhalten. Und das ist natürlich, Angst ist immer das Gegenteil vom Mut, ne? Aber ich, ist Angst das Gegenteil vom Mut? Manchmal kann aber Angst auch der Staat von etwas Mut sein. Genau. Ja, das ist so ein bisschen, ich finde aber, was du, Juli, was du so erzählt hast, ich finde dieses Ding, ich habe ja mit meiner Schwester jetzt irgendwie vor anderthalben Monaten, gibt es immer noch nicht, wir haben uns so unterhalten, was wir uns so vornehmen für die nächsten Jahre auch, was wir mal ein bisschen anders machen wollen in unserem Leben, wird, Mann, ich meine, ich arbeite viel und ich liebe meine Arbeit, aber ich muss irgendwas machen fürs Herz. Also wirklich so für die Herzensbildung und irgendwas, also was halt eben nicht bezahlt wird und sowas und irgendwie irgendwas Soziales. Du kochst doch so gut Zünasuppe, du kannst nämlich auch. Also das klingt ja so blöd, aber genau. Und dann, weißt du, aber dieser Gedanke und ich kann jetzt nur mal ganz kurz beschreiben, ich habe mit meiner Schwester das Telefonat gehabt, so interessant. Ich meine, es ist auch ein bisschen hypocrite und auch, ich will es mich nicht irgendwie, sondern wirklich so, wir unterhalten uns so, dass wir müssen was machen. Und sie meinten, na, eigentlich wäre es gut für Jugendliche, ihr seid doch so gut, da habe ich ein bisschen Angst und sowas und dann, oder vielleicht für alte Menschen. Und ich habe während des Gesprächs auf einmal so, mein Herz wurde so weit und ich habe so Tränen in den Augen gehabt. Also das heißt, es macht was ganz Tolles mit einem, wenn man gibt, ohne was dafür zu kriegen. Also weil man bekommt was anderes dafür und ich glaube, das ist nicht so richtig, das wird auch in der Schule nicht so richtig gelehrt, dass es eigentlich wirklich ein ganz großes, da ist ein großes Potenzial da, was irgendwie so ein bisschen eingetrocknet ist. Auch bei mir, gebe ich zu. Also ich habe es noch nicht vollzogen, ich habe darüber geredet, habe aber noch nichts gemacht, das wollte ich sagen. Ich kann ja nur zustimmen, ich habe letztes Jahr mit einem anderen Podcast, den ich betreibe, haben wir so eine Spendenaktion gemacht und da sind fast 4000 Euro zusammengekommen und dann haben wir bei Decathlon und haben wir eingekauft, was man halt eben braucht für dieses harte Winter in Berlin und 50 Euro Essensgutschein, was man halt so braucht, was so die Essentials sind. Und übrigens größter Fehler, niemals, das finde ich abartig, wenn man dann so einem optolosen Menschen die Kamera in das Gesicht hält, irgendwie fünf Euro gibt und das dann, also das wirklich, das sind Untermenschen. Ja, aber das ist ja auch, das ist Marketing. Genau, also fürchterlich so. Mut und Marketing. Genau, aber dann haben wir bei Decathlon so ganz spezielle Sachen gekauft, so Thermounterwäsche und Handschuhe und so und jedes Mal, wenn ich dann an die Spots vorbeigehe und jetzt, wo es wieder kalt geworden ist, also ein Jahr später und ich sehe, dass das unsere Handschuhe sind, dann ergibt einem das so ein unglaublich gutes Gefühl, für das man es eigentlich nicht machen sollte. Man sollte es nicht für so ein eigenes Gefühl machen, sondern in erster Linie, um den anderen zu helfen. Aber es ist so interessant, ich glaube, der Mensch ist eigentlich so gebaut, dass er diese Fähigkeit, wenn er das macht, dass er was zurückkriegt und zwar einfach für sich selber und das sollte man, das ist, also das ist, es ist ein Geben und ein Nehmen. Also man gibt und man bekommt aber irgendwie ein tolles Gefühl, was man sich nicht erkaufen kann zurück. Ich glaube, weißt du, was ich meine, Peter? Also dass man so... Ja, das ist mir immer so, ich weiß, das sagst du schon immer. Doch, das ist psychologisch erwiesen. Ja, natürlich ist das psychologisch erwiesen, aber das ist so wenig zielführend. Also ich glaube, ich glaube, dass es halt, das kann ja deine Motivation sein, aber ich glaube, dass es, ich glaube jetzt, dass es, ich wollte jetzt eigentlich eher nochmal im Konkreten zum Beispiel erzählen, ich hasse ja Amazon und Amazon ist ja für mich jetzt auch so ein Sinnbild eigentlich davon, dass wir am Ende uns, das Thema ist doch Mut auch, so, am Ende wird das so sein, dass Amazon irgendwann die Sachen gar nicht mehr zu uns nach Hause bringt, sondern dass wir dann irgendwie fünf Kilometer weit fahren müssen, um die Sachen abzuholen. Und man eigentlich sagen kann, ja, hätte ich ja auch in meinen Lieblingsladen gehen können früher und da die Sachen kaufen können. So, und Amazon hat jetzt sich erdreistet, zum Beispiel am Bahnhof Zoo, da wo die ganzen Drogis schon früher bei Christiane F. waren, die riesen Paketstationen hinzubauen und daneben ist die Suppenküche. So eine Suppenküche, wo, und es bricht dir das Herz. Und dann steht man also da, holt bei Amazon was ab aus diesem Schrank. So brauchst du erst mal, ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass jeder über 60 oder 70, nee, das klingt jetzt verurteilend, das meine ich ja gar nicht. Ganz viele Menschen, nee, also du musst nicht so alt werden. Genau, also ich glaube, dass es viele digital auch schon überfordert hat, das alleine hinzukriegen. So, und das ist halt herzensbrechend. Und also wenn du da eine tolle Hühnersuppe kaufst, kochst, und die dann mal, wenn du da mal was abholen musst, kannst du ja da was mitbringen. Und das glaube ich, das erzähle ich dann jetzt, was ich Kati... Ja, ich kann es aber auch nicht, naja, ja, aber ganz ehrlich kann ich es auch, das ist eine gute Idee, kann ich einfach auch so machen. Genau, und dann erzähle ich das ist der Kati Karrenbauer zum Beispiel, die macht, also ich liebe Kati für ihren Aktivismus, die in der Corona-Zeit hier gekellnert hat und die dann so viel macht. Und die meint, ja, zu dieser Suppenküche bringe ich schon seit Jahren immer Sachen. Und das macht die aber, ohne darüber zu großartig zu reden. Das ist noch die größte Größe. Genau, und ich habe mich dann total geschämt, weil ich gar nicht wusste, dass da die Suppenküche schon immer steht. Und weißt du, es ist so interessant, wie das Image von Leuten nach außen, na, also dann denkt man, und Kati Karrenbauer macht im Jungle Camp, die macht doch alles für Kohle und so. Nee, das ist Quatsch, na. Es gibt immer zwei Seiten von Menschen und es gibt nämlich auch die Menschen, die wirken so wie die Gutmenschen, weil die das gut promoten, irgendwie auch im schönen Leftfield und sind aber ganz eng im Herzen. Also es ist das, Leute wie Kati machen mir dann Mut. Richtig, genau. Und auch in dieser, das sind... Aber die beschwert sich auch immer, wenn du so laut Musik hörst. Echt jetzt? Na klar, die hört das ja alles immer in ihrer Wohnung. Ich weiß... Die sieht dich auch rauchen. Ja, die sieht mich rauchen und, und, und... Oh, das ist so eine... Ich muss mal Kati irgendwie mehr auf meine Seite bringen. Das ist so. Wie hieß er, der amerikanische The Office Guy, nicht Rüggische Waste, sondern... Hab ich nie geguckt. Was nochmal? The Office. Der amerikanische The Office. Ach hier, ähm, 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 der hat doch auch bei The Morning Show mitgespielt. Nicht Rüggische Waste, das ist der englische, sondern... Nee, der andere, ich weiß, der, der... Steve? Wollen wir unseren Joker ziehen? Ja. Kannst du mal bitte gucken beim... Joker Julius? Ja, die amerikanische Version. Ich finde den ja irgendwie toll. Der war doch hier bei The Morning Show auch, der... Richtig, ja. Und bei Love... Steve Carell. Steve Carell. Ja, ganz toll. Ja, genau. Und der hat, äh, Gracie's Stupid Thing Called Love gemacht mit Ryan Gosling. Und dann hat er ihn einen Preis verliehen und meinte dann in der Rede, ich hasse Ryan Gosling. Als wir Drehpause hatten, hat er mich gefragt, ja, was machst du jetzt am Wochenende? Und ich meinte, ja, ich fahre zu meiner Familie und fahre meine Hemds. Und was machst du? Und er meinte dann, ja, dass er... Er hat so eine kleine Band und dann haben sie wieder ein Gig im Altersheim am Wochenende. Und ihn erfreut es halt so, dass er die älteren Herrschaften bespaßen kann und macht das leidenschaftlich gerne. Und ich hasse diesen Motherfucker, sagt er, dass er das auch noch in seiner Freizeit tut und nicht darüber spricht. Er ist ein guter Mensch. Das war nicht so herzlich und so ehrlich. Und weil das, finde ich, solche Sachen machen ja auch wirklich Mut. Ich wollte damit noch ganz kurz sagen, ich habe letztes Jahr eine Sendung gehabt, da habe ich so außergewöhnliche Menschen interviewen dürfen in meiner Radiosendung und da war Dominik Bloh da, der seitdem er 17 Jahre alt war, obdachlos war, in Hamburg gelebt hat, trotzdem so ein Abitur gemacht hat, seine Mutter hat ihn rausgeworfen, weil sie geistig krank war, hat einen Bestseller geschrieben, Palman aus Beton, ist dann nicht mehr obdachlos gewesen und hat jetzt mittlerweile so einen Duschbus gegründet, so ein Unternehmen, wo er durch Hamburg fährt und obdachlose Menschen dürfen sich duschen. Das habe ich gelesen. Genau und hat jetzt auch das Bundesverdienstkreuz von Steinmeier bekommen letztes Jahr im Schloss Bellevue und wo wir gerade beim Mut sind, solche Menschen machen mir Mut, also deren Lebensgeschichte und weil du meintest, du weißt nicht, wie man mit obdachlosen Menschen am besten kommuniziert, das habe ich ihn auch gefragt und er meinte, das Allerschlimmste, das Allerschlimmste ist, wenn man ignoriert wird und einem suggeriert wird, man ist nicht mehr Teil der Gesellschaft. Er meinte, ein ganz normales Gespräch auf Augenhöhe hat ihn teilweise durch Wochen gebracht, weil er so davon zehren konnte, wenn man sich unterhält, brauchst du was, geht es dir gut, wie kann ich dir helfen, hab noch einen schönen Tag oder was auch immer. Aber das Ding ist, genau, ich habe ja erzählt, also mein Mann hat mir das ja einfach beigebracht, weil der das schon immer so in London gemacht hatte, war ja das Problem schon früher und viel größer. Und inzwischen ist es halt genauso wie Dominik gesagt hat, einfach reden. Und du erfährst natürlich auch die wahnsinnigsten Sachen und das ist halt total interessant. ich habe dir aber nicht trotzdem auch manchmal Angst, also weil ich jetzt, kommt mir jetzt gerade durch das Modell England und dann Amerika schon wieder, wir müssen halt nur aufpassen, dass wir, also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns alle selber engagieren und wenn du mal eine Suppe kochst, kannst du die doppelte Portion kochen und so. Gleichzeitig ist es halt natürlich total wichtig, dass wir das nicht alles so im Privatsektor gehen. Im Privatsektor überlassen. Wie die Tafel zum Beispiel. Also das ist auch, das habe ich letztens gelesen, dass Supermärkte durch KI jetzt viel präziser berechnen können, was sie einkaufen müssen, damit nicht so viel verschwendet wird, damit nicht so viele Lebensmittel ablaufen. Aber das ist im Endeffekt genau das, was dann an die Tafel ja geht und dann an bedürftige Menschen weitergegeben wird. Und wie kann das sein in so einem reichen Land, drittgrößter Wirtschaftsstation der Welt, dass es privat organisiert werden muss, dass obdachlose Menschen, oder muss ja nicht mehr obdachlos sein, wie viel in Berlin, letztens hat Sophie, meine Frau an der Gedächtniskirche mit einem Mann gesprochen, der älter war und nach Geld gefragt hat. Und dann meinte er, dann sind die auch ins Gespräch gekommen und er meinte, wissen Sie, manchmal habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich habe noch eine Wohnung und eine alte Miete, aber mit meiner Rente, ich komme hinten und vorne nicht hin, sodass ich jetzt auf die Straße gehen muss, um zu fragen. Und das ist ja absolut lächerlich, in einem drittgrößten Wirtschaftsland der Welt, oder stärksten Wirtschaftsland der Welt, dass da private Organisationen wie die Tafel dafür sorgen müssen, oder Zander oder wer auch immer, dass solche Menschen dann Essen bekommen. Das darf ja wirklich nicht sein. Es macht Mut, dass es das gibt, aber es macht auf seiner Seite auch wirklich nachdenklich. Ja, aber da bin ich jetzt so ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns engagieren müssen, weil so wie das gerade aussieht, wird das mehr und mehr gebraucht werden. In Deutschland. Also diese Art von privaten Initiativen. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz neu denken. Wir brauchen ein ganz anderes System von was ist eigentlich Arbeit, wofür bezahlen wir einander. Und was es geben, also dass man, dass man eigentlich, dass man so sagt, wir sind ja eigentlich, wenn man mal so ein bisschen, aber es klingt so piesig, und auch wieder so, wir sind ja eigentlich eine große Familie, hier in Deutschland, also dass wir einander, dass man sagt halt eben, na doch, dass man sich hilft. Also dass man wirklich so ein bisschen, dass man, aber auch, Du meinst, das könnten wir sein. Das könnten, ja. Aber wenn man wirklich mal so philosophisch drüber nachdenkt, ist man so, dass man ein bisschen mehr so durch die, durch die Straßen geht. Mir fällt es ja auch schwer, aber, Naja, ich weiß nicht, wenn man mal alleine überlegt, wie niedrig, also wir haben Millionen Menschen, die kriegen so eine niedrige Rente. Ja. Ich glaube ja, das wird das große Ding. Aber diese Menschen haben ja eigentlich, die meisten von denen haben ja Kinder. Und dann ist das ja Thema Mut und Engagement. Da wäre ja schon eine Möglichkeit zum Beispiel, dass die sich dann eigentlich, wenn es nur bei der Idee, welche Partei sie vielleicht wählen, sich da den Mut haben, dann zu engagieren, dass man sagt, da muss aber, also. Die Altersheime müssen anders werden, meinst du? Nein, die Rente, die vor allem nämlich Frauen bekommen, das ist so niedrig. Und dann müssen die Bürgergeld beantragen oder Zusatz und so. Und das ist doch so, das ist nicht, mein Onkel hinten sagt, immer das süße Wort charmant. Das ist einfach nicht charmant. Das ist einfach entwürdigend. Und zu Mut würde für mich auch gehören, wenn das mal auf einen anderen, wenn das mal revolutioniert werden würde. Auf einer anderen Prioritätsliste wäre. Genau. Also einerseits konzentrieren wir uns gerade komplett das Thema unserer Sendung. Wir wollten ja eigentlich ausschließlich über was sprechen, was uns Mut macht. Inspiriert, ne? Ja. Kann ich ja, genau, lass uns mal bei dem Thema ein bisschen bleiben. Was inspiriert denn jetzt dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja, also mich inspirieren Künstler. Also ich rede das mal auch wirklich, da gibt es ja so viele. Es gibt dann, es ist nicht nur politisch und, oder das ist ja alles Politik, aber ich bin jetzt also ganz platt. Also mich hat total, ja, ich bin jetzt mal populär, also mich hat das Madonna-Konzert total ermutigt, alt zu werden. Das klingt so blöd und trotzdem so freakig und so versaut und versext, wie ich halt eigentlich auch bin, zu bleiben, weil ich sage, scheiß drauf, weißt du? Die großartige Madonna zeigt halt eben, und die macht ihr Ding. Ich weiß, da gibt es viele, kann man vieles dagegen sagen, aber das hat mir viel Mut gegeben. Wir machen Filme Mut, also dass ich irgendein, und ich kann auch manchmal, es ist auch gar nicht, das sind manchmal so Filme, ich gehe raus und das gibt mir irgendwie Hoffnung und Liebe, das gibt mir Hoffnung. Also ich denke ja viel übers Alter nach gerade. Also das ist ja so, um ins Private zu gehen, viel irgendwie so dieses Ding, ich wäre dieses Jahr 54 und das ist schon was anderes als 45 und wie gehe ich damit um und da suche ich nach Role Models, wie leben die und da ich irgendwie Schauspieler, also Künstler halt so verehre, gucke ich da halt, wie leben die, was machen die anders, wo kann ich mich dran halten und das ist für mich gerade so ein Ding, darüber denke ich viel, viel nach, wie werde ich glücklich alt? Ist vielleicht auch ein eigenes Thema, aber da geben mir halt meine Helden irgendwie Mut oder dass sie halt eben noch mit Mitte 60 nicht immer, aber auch noch richtig gute Sachen machen, wie zum Beispiel Almodovar, mein Lieblingsregisseur, der hatte da vor paar Jahren einen wahnsinnig guten Film, Pain and Glory, das war fast wie so eine Art Lebensfilm von ihm und auch dieser Film hat mir so viel Mut gegeben, aber auch, dass er irgendwie noch mit in so einem hohen Alter noch so geile Filme machen kann, das ist für mich irgendwie ganz, ganz egoistisch als Künstler auch wahnsinnig Mut machen, dass es so tolle Role Models gibt. Ich finde meine Frau wahnsinnig inspirierend, die und auch ihre Freundinnen, die in einem jungen Alter, sie sind noch nicht mal 30 Jahre alt, die die Besten in ihrem Jahrgang waren, in der Wirtschaft ein Hundertstes verdienen würden von dem, was sie jetzt verdienen, also wir beschweren jetzt immer noch, es ist immer noch ein tolles Geld, was sie verdient, aber sie würde weitaus mehr in der Privatwirtschaft bekommen, aber dieser reine Idealismus, zu sagen, nee, es können nicht alle nur in die Privatwirtschaft gehen und die Demokratie und dieses Rechtsorgan im wörtlichsten Sinne müssen auch Leute machen, die was drauf haben und die die Guten sind und die genau hinschauen und jeden Abend bin ich so inspiriert, gestern hatte sie das größte Schlussplädoyer, was sie jemals halten musste, da ging es um den Stiefvater, der angefangen hat, seine Stieftochter, sexuell zu missbrauchen, als sie acht Jahre alt war und das haben sie jetzt geschafft, den dann da in der Gitter zu bekommen und der Freundin von ihr, die da auch in der Staatsanwalt jetzt in einem anderen Bereich, Wirtschaftskriminalität oder organisierte Kriminalität oder was auch immer, so die täglichen Kämpfe, die kämpfen für den Rechtsstaat, für uns alle und das machen die aus purer Überzeugung, obwohl sie jung sind, viel mehr verdienen könnten, auf Opferungsvielarbeit, also wirklich die, was sie sich auch täglich beschäftigen muss, mit dem Elend der Welt, mit dem Bodensatz, menschlich gesehen, charakterlich gesehen und das trotzdem zu machen und durchzustehen, teilweise die Gesundheit zu opfern, aber weil sie an den Rechtsstaatern, an die Demokratie und an die Verfassung glauben, das gibt mir jeden Tag Mut und inspiriert mich und lässt mich manchmal fast schon demütig sein für ihr und ihre Arbeit. Also das skippt mir brutal für ihr. Absolut. Und ich gehe jetzt, ich breche es nochmal weiter runter, ich bin jetzt vollkommen, das ist jetzt echt billig, was ich sage, aber einfach mal so als was Mut, also mal ins ganz Kleine. Ich habe mir noch, wir hatten mal vor ein paar Jahren für eine Sängerin ein Lied geschrieben mit Blumen, ich kaufe mir selber Blumen, ne? Miley Cyrus. Nee, das haben wir leider nicht geschrieben, schön wär's. Nein, aber für eine andere Sängerin, das war noch vor Miley und da habe ich mich so lustig gemacht und so und dann irgendwie letztes Jahr kam mir Miley raus mit Flowers und ich fand das Lied ganz toll am Anfang, irgendwann ging es mir auf den Geist, aber am Anfang habe ich das jeden Morgen gehört und habe dazu meine Dehnübung gemacht und habe dann mir wirklich auch Blumen gekauft und das sind so kleine Dinge, die einen irgendwie Mut machen. Ich rede es mal wirklich, manchmal ist es so eine ganz einfache Zeile von einem populären Lied, mit was man morgens hört und das macht mir, gibt mir Kraft und das sind so die kleinen Sachen, also wo man, also die mir halt, also Lieder können mich wirklich inspirieren und das muss nicht immer, das ist ein wahnsinns intellektuelles, wahnsinns, weiß ich nicht, Bob Dylan Lied, das kann auch manchmal einfach ein Schlager oder so ein richtiger Pop-Hit sein, wo es nur eine Line gibt, wo ich da sage, ja fuck, ja, sehe ich genauso, das mache ich jetzt. Und wenn jeder so ein eigenes Smiley-Lied hätte, das einen besser drauf werden lässt, dann wäre die Welt auch ein besserer Ort, wenn ja eine größere Grundzufriedenheit herrschte. Naja, es ist ja ein bisschen unser Job, jetzt auch Musik zu machen, dann sozusagen, es ist, das ist natürlich so, wahnsinnig schwierig, dass so viele Leute, ja, ab einem gewissen Alter kaum noch Musik hören, das ist ja leider schade, weil das ist für mich auch so, also Musik kann mir auch immer wieder Mut machen, dass das, Mut macht mir aber auch eh, dass vieles, wo früher, als ich jünger war, wovor ich Angst hatte, wo ich dann feststelle, das ist totaler Quatsch, boah, das ist Zeitverschwendung, das ist einfach mal Zeitverschwendung, sich damit auseinanderzusetzen, einfach wichtig ist es, morgens aufzustehen. Ich glaube, es macht aber ganz kurz, ich glaube, es macht aber wirklich Mut, dass die drei Top-Icons der westlichen Welt vermutlich aktuell Taylor Swift, Billie Eilish und Harry Styles sind, die für die tollen Werte stehen, weißt du, für Weltoffenheit und für Selbstliebe und gegen jegliche Art von Diskriminierung und Taylor Swift war nicht auch so, und das sind wir wieder beim Mut, das gibt so eine tolle, tolle Szene in ihrer Dokumentation Miss America vor vier Jahren, als es da auch um die Wiederwahl von Trump ging und sie dann mit ihrer Mutter und ihrer Managerin in einem Raum saß und sagt, ich muss mich jetzt offen dafür aussprechen, nicht Trump zu wählen, ich kann das mit mir nicht verantworten und dann sagt die Managerin, das darfst du auf keinen Fall machen, weil sie ist ja so ein Südstaatenkind und vor allem die weißen Amerikaner fanden Taylor Swift, dieses blonde Mädchen, so toll und die sagt, fuck it, ich kann da nicht schweigen, ich muss öffentlich sagen, dass sie da jetzt bei den Vorwahlen die Demokraten wählen sollen. Ja, da hast du jetzt in mir so einen alten, frustrierten Mann und ich finde, das ist nicht mutig, das ist selbstverständlich. Ja, Peter, aber das finde ich auch zu einfach, also ich meine, nee, das finde ich zu einfach, weil sonst, das wäre doch geil, wenn alle so drauf wären, weißt du, was da los wäre? Nee, aber Ulfi, also jetzt, ich finde es natürlich auch, ich finde, also es überrascht mich jetzt nicht, wenn, also mich würde überraschen, wenn Taylor Swift jetzt zur Wahl von Donald Trump aufhört. Ja, auf das, was du jetzt die richtige Seite nennst oder so, das war schon immer so, du hast jetzt bis auf Neil Young eigentlich auch nie jemanden mal gehabt, der jetzt Ronald Reagan unterstützt oder so. Oder den Wendler. Ja, Wendler ist jetzt ja kein, Wendler ist ja eher eine Katastrophe, als dass er für eine politische Richtung steht. Aber, aber das Ding ist, dass die Kunst, was ja schön ist und das Intellektuelle oder wie man es nennen möchte, aber die waren ja schon immer Leftfield. Also du wirst jetzt keine, keine Jugendidole finden, die, die in der Kunst, weder Regisseure noch Musik, nennen wir fünf, aus dem Steggreif, die, die so prägend waren wie Rolling Stones, Beatles und so und immer für eine bestimmte politische Identität standen. Aber das ist immer in der Kunst. krasse Leute so, wo ich teilweise auch Filme gut fand, aber Clint Eastwood zum Beispiel, da ist es vollkommen so richtig reaktionär. Das hat mich dann, ich kann das, ja, das turnt mich so richtig ab, aber gut. Ja, aber wo willst du hin jetzt? Dass du das nicht mutig findest? Du willst die drei Ikonen angreifen oder, oder das ist das Verständnis? Ich will die überhaupt nicht angreifen, das hat, glaube ich, auch keiner so verstanden. Ich will die gar nicht angreifen, ich finde jetzt nur, wie erschreckend wäre das denn, wenn jetzt Taylor Swift Trump unterstützen würde. Ich finde, ich hatte darüber ja auch dieses Essay gelesen, da hatten wir uns darüber nicht neulich schon mal unterhalten. Also es warten ja in Amerika, warten ja jetzt viele, dass die Aktivität wieder was sagt. Ja, ja, wir haben uns darüber unterhalten schon. Das wollte sie auch. Und das wird auch noch kommen, da habe ich auch großes Vertrauen. Die verpufft das nur nicht, wenn es einmal gesagt ist, es ist halt keine Nachricht mehr. Richtig, das denke ich auch, dass das so ist. Aber ob mir das jetzt schon so Mut macht, also Mut würde mir machen, wenn, Naja, ich wollte nur gesagt, Mut macht mir das, dass das so die größten drei westlichen Icons sind, weißt du, die so viele Massen vereinen. Es geht nicht größer als diese drei aktuell und die stehen halt für die richtigen Sachen. Das heißt ja, dass viele, viele, viele Jugendliche, die da gerade nachkommen und sich an denen orientieren, der gleichen Meinung sind. Das macht mir Mut, dass die drei größten Jugend-Icons für die richtigen Sachen stehen. Könnte ja auch anders sein. Dass die jetzt politisch total unengagiert werden. Aber wenn ich da an Keen West denke und sowas, es gibt halt auch solche Arschlöcher. Also Keen West. Keen West? Ja, ja gut, aber der ist ja. Naja, aber er ist immer noch irgendwie leider. More or less, ja. also es gibt auch so traurige Beispiele für die Jugendkultur. Daran merke ich echt, dass ich alt bin. Ich müsste darüber total nachdenken, ob ich das so unterstützen kann, was du sagst, weil ich bin natürlich dann eher noch so, ich denke dann an John Lennon und sowas und, und, also wo es so eine wirkliche, ja, aber gut, das wird die Geschichte zeigen. Ich weiß es halt noch nicht, ne, also, aber das hatte ich auch schon immer. Ja, aber dass ich, also so ein Mainstream, das ist, für uns ist es halt ein Klacks, ne, aber, aber ich fand auch, wie Billie Eilish mit ihrem Outing umging und sowas, ich fand das so, das war genau richtig. Und das ist schon irgendwie, also, dass die Springfield durfte, hat das, und durfte, und, hat das damals nicht gemacht, ne. Ja, aber was willst du damit sagen? Naja, also es gibt auch schöne Sachen, es ist nicht alles rückwärts gegangen, es gibt auch, also ich finde auch, dass Billie Eilish ein ganz toller Popstar ist, also ich muss sagen, ich finde einen tollen, tollen Popstar. Das finde ich auch super. Aber das Thema ist ja Mut, was gibt einem Mut? Und da meinte ich jetzt nur, jetzt, wenn, wenn man dann doch mal ein paar Jahrzehnte älter ist, dass man sagt, ja, aber das ist ja nichts Neues, das war schon immer so, dass die, dass die Leading Role Models auf der Welt, die waren immer politisch links zu verordnen. Aber die geben auch, müssen auch immer Mut, also ich meine, das Ding ist, also jede Generation hat ihre Role Models, jeder sagt auch, meine Role Models sind die besten, also wir sagen, unsere sind die besten, jetzt sind die, das ist ja, aber das sind auf jeden Fall wichtige Faktoren für Mut, mögliche Mutmacher. Das könnte nämlich auch so sein wie Michael Jordan, der sagt, nee, sag jetzt nichts gegen Republikaner, weil die kaufen auch mal eine Sneaker, um es mal runterzubrechen. Na klar, aber das ist jetzt auch so ein Sport, da bin ich total, da kann ich nicht mitreden, weil ich davon keine Ahnung habe. Ja, der größte Basketballer aller Zeiten, ein schwarzer Basketballer, und der dann auch aufgefordert wurde, hat er das wirklich so gesagt? hat er das vor Dummheit, das ist aber doch vor Dummheit kaum zu. Ja, ist Milliardär, genau, und war halt damals so, naja, wird sich da jetzt nicht politisch engagieren, weil Republikaner kaufen auch Sneaker. Und ich meinte nur, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand wie Taylor Swift, die noch mehr verkaufen würde, und noch weniger, oder viel weniger Gegenwind hätte, wenn die unpolitisch wäre, weil sie das süße Südstaaten-Mädchen ist, das die weißen alten Amis so verehren, dass sie halt sagt, nee, es ist mir gegen den Rat des Managers, gegen den Rat der Mutter, gegen den Rat des Labels, sagt, nee, es ist mir viel wichtiger, dass die Leute wissen, wofür ich stehe. Und das fand ich, auch wenn du es für selbstverständlich nimmst, ich fand das für einen damals 26-Jährigen durchaus sehr mutig. Finde ich auch, und das ist ja so ein bisschen, ich übersetze das mal bei Taylor Swift, das wäre hier, wäre sie aus den ganz traditionellen Schlagen, gekommen, ne, also, und ich weiß halt, Also eine Helene Fischer, ist die dann politisch? Ich enthalte mich da jetzt mal einfach, bei Helene Fischer, also ich, ich muss was dazu sagen, doch, Helene Fischer war bei uns, also das war, bei dieser Putin-Demo, ne, also wo keiner kam, und auch keiner sich engagiert hat, und keiner mitgemacht hat, weil es nämlich einfach kein großes, populäres Thema war, Peter hat ja ganz viele, ein Video gemacht, für Aktion 10, und hat das unterstützt. obwohl sie russische Wurzeln hat, und, und, und da muss ich wirklich sagen, und da war sie schon richtig groß, ne, also das war jetzt nicht so, dass sie da kurz vor dem Riesen, da war Helene Fischer, ein Riesending, und, ähm, 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 auch, auch noch viel mehr Schlager als jetzt, jetzt ist sie ja Schlagerpop, würde ich sagen, aber da war sie noch viel traditioneller, und deswegen muss ich sagen, ja, ich, weißt du, man kann ja immer nur sagen, ja, doch, sie hat sich politisch, ähm, wir haben mit ihr kommuniziert, und da hat sie sich politisch positioniert, äh, Ja, also würde ich als Antwort geben. Ein Video, das mir richtig, äh, richtig zum Nachdenken gebracht hat, war, ein, äh, Kabarettist, ein deutsch, ich kenne seinen Namen, und ich hatte so einen langen Fetteschwanz und sitzt immer am Klavier mit seinem Anzug, ich weiß den Namen nicht, und der hat all das Schlechte aufgezählt, was wir uns auch gerade so denken, ne, die Rechten werden stärker, und, äh, Tiere haben überhaupt keine Rechte, und alles Schlechte aufgezählt, und dann sagt er, warum sollen wir überhaupt noch aufstehen, das ist doch alles, das ist doch alles scheiße, das ist doch alles, und dann war er so niedergeschlagen, und auf einmal richtet er sich auf, gerade rückt und sagt, nee, ich weiß es, und dann erzählt er von den letzten KZ-Überlebenden, ich durfte auch Max Mannheimer zweimal live erleben, die den Abgrund der Menschheit gesehen haben, am eigenen Leib, und niederste Tracht, und die aber immer noch, nach all den Jahren mit ihrer letzten Kraft, die sie haben, teilweise über 100 Jahre, noch vor Schulklassen sprechen, mahnen, und sagen, es ist noch nicht, es ist noch nicht verloren, es ist, sie haben immer noch Mut in sich, dass, dass wir das besser machen, und wenn diese Menschen, die so viel Grauen am eigenen Leib erlebt haben, den Mut aufbringen, ihre letzte Kraft dann noch zu opfern, vor Schulklassen zu sprechen, oder öffentlich, ja, wer wären wir denn, wenn wir keinen Mut hätten? Und das erreicht, weißt du was, das erreicht mich jetzt eher, Absolut, also das finde ich, das verstehe ich auch eher, ja, das erreicht mich eher als Taylor Swift, und ich mag Taylor Swift, aber das, ja. Nein, aber das ist natürlich auch wirklich, ja, Leute, die durch das Schlimmste, was nur möglich ist, durchgegangen sind, und immer noch mit strahlenden Augen da, und den Glauben nicht verloren haben an die Menschheit, das finde ich absolut inspirierend, und solche Leute, aber man muss, aber ist dieser Satz, wir glauben an die Menschheit, ist das nicht jetzt auch, auch so ein Klischeesatz, vor dem wir halt auch total aufpassen müssen? warum? Weil, weil Glauben an die Menschheit, an die Menschlichkeit, an die Menschlichkeit, selbst meinetwegen auch das, naja, nee, das ist ja ein Unterschied, das ist ja ein Riesenunterschied. aber das wollte ich jetzt mal, also ich glaube an die Menschlichkeit der Menschheit. Nee, ist schon wieder was anderes, weil, weil, Glauben an die Menschheit, das ist, den kannst du jetzt nicht, damit hast du ja alle Menschen zusammen, ne, und dann den Glauben an die Menschheit, da muss man sagen, den kann man natürlich wirklich, wenn man sich die Welt gerade anguckt, auch wirklich verlieren, aber den Glauben an die Menschlichkeit, das ist natürlich was ganz anderes, und das ist, das ist schön, da kriegt man durch solche Geschichten, kriegt man diesen Glauben an die Menschlichkeit zurück, aber ob die Menschheit, also ob wir das hier gerade überstehen werden, also weiß ich nicht, da bin ich heute schon sehr negativ drauf, das weiß ich nicht, also das sieht nicht so aus, als würde es uns in 100 Jahren noch geben. Ja, gut. Ja, ich, ich, weißt du was, ich, ich hab was ganz, ich hab, ja, ich, ich bin ein bisschen optimistischer. Und die Welt ist jetzt vermutlich auch nicht düsterer als vor 19, keine Ahnung, 39? Naja, sie ist insofern leider zu mir echt, dass ich da hier die Pessimismus-Unke bin, aber sie ist natürlich ein Vielfaches düsterer, weil wir alle auf so vielen Atombomben und Atomwaffen sitzen, und wenn da auch nur einer von den Spinnern welche anfängt drauf zu schmeißen und dann auf Atomkraftwerke und was weiß ich nicht, dann geht das ganz, ganz schnell. Aber auch die gab es im Kalten Krieg, ne? Aber auch die gab es im Kalten Krieg, also es ist jetzt keine Sache, die im Jahreswechsel gekommen ist. Du hast aber eben das Beispiel, hast du nicht 1933 gesagt? 39. Aber kann ich mal, ja, kann ich mal, weißt du, ein bisschen, also ich, trotzdem, ich hab den Optimismus, was gerade irgendwie so ganz komisch ist, dass der Respekt vor Krieg verloren ist, irgendwie, finde ich, irgendwie überhaupt, dass man, dass es so legitim ist, wieder zu reden, Krieg ist wichtig, Krieg ist notwendig, Krieg ist, wir müssen uns verteidigen, also das ist jetzt gerade, das ist ein anderes Thema, ich weiß, aber, weil es ist ja überall, wir müssen uns gegen Putin, das ist vollkommen, und das war vor 20 Jahren, boah, das war nicht salonfähig, also das ist jetzt so wahnsinnig salonfähig, das Krieg, und das macht es natürlich gefährlich, da muss ich Peter recht geben, dass dann irgendwie mal ganz schnell, jetzt muss aber eine Atombombe geworfen werden, weil das ist jetzt noch ein Tabu, aber irgendwann, da muss man jetzt dran und sowas, wenn das nämlich losgeht, also wenn der Respekt davor, dass man, als hier auch schon mal und so, ehrlich passiert, ja, da, da, so schlimm das ist, das fing da gerade erst an, dass die solche Bomben in der Dimension herstellen könnten, und die war ein, ich habe das mal gelesen, die hatte einen Teil der Stärke von dem, was jetzt da alles möglich ist, ne, und die haben in den 80er Jahren war immer der Slogan, man könnte mit den ganzen Atomwaffen, die es gibt, die Erde, Planeten Erde 50 mal zerstören, jetzt kannst du es wahrscheinlich, weiß ich nicht, hundertmal zerstören, aber einmal würde ja schon reichen, so, trotzdem, da nehme ich den Satz jetzt zurück, mit 100 Jahren, dass die ganze Menschheit dann weg ist, aber ich, ich befürchte, es sieht schlecht aus, dass, dass, dass in 100 Jahren nicht große Teile der Menschheit vernichtet worden sind, wenn wir nicht jetzt, in den nächsten 20, 30 Jahren die Kurve kriegen, also das ist, das ist, das ist, also diese vielen Themen, von Krieg bis Klimawandel bis Hunger, aus Not, äh, äh, also eigentlich wieder ein Appell an die Menschheit, na doch, ein Appell an die Menschlichkeit, also Menschlichkeit heißt ja auch, ähm, dass man den anderen irgendwie versucht zu verstehen, ne, das ist ja also im Dialog, dass man irgendwie, warum ist der so wütend, warum ist der so sauer, warum will, meint der, das ist mein Land, oder warum, dass diese Sachen, dass man eben, ähm, einfach, ähm, ah, ich frage mich halt, warum, ist es, ich bin ganz blöd, aber, müssten nicht vielmehr, ähm, 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 Menschlichkeitsphilosophen unterwegs sein, bei den Regierungen, die die beraten, irgendwie, weißt du so, total gut, also so, die wirklich auf dem Gebiet, ähm, das ist da, oder, und auch im Schulunterricht, Menschlichkeit, das ist ein Fach eigentlich, fuck, warum gibt's das nicht, also wir haben so viel Scheiß, unterrichtet, plus Wissenschaft, also, es wird immer hier so, klar, Politikwissenschaften, also klar, das, ich rede jetzt mal wirklich darüber, ähm, ähm, ein anderes, also, ich meine, ich sage immer, Reisenbilder, total, ne, also, ähm, meine Reise nach Ägypten hat mich, hat mir irgendwie, ich habe so viel mehr kapiert, über, über, ähm, warum die Menschen so religiös sind, und warum sie so komisch drauf sind mit Frauen, nicht, dass ich das gut, oder irgendwas, und, aber ich verstehe es ein bisschen mehr, und das ist ja, Verstehen ist ja der erste, also eigentlich Menschlichkeit, ja. Nein, warte mal jetzt, weil die ganzen Hörer und Hörerinnen verstehen nicht, was, was du damit meinst, da musst du schon mehr ausholen, also, zu diesem Ding ist, verstehen heißt, du hast es kapiert, das heißt aber nicht, dass du das auch nur in irgendeiner Form supportest. Nein, nein, also, nein, nein, da kann ich, da kann ich, um das, nein, das geht doch nicht, aber, aber dass man, ich glaube, wenn man, ähm, ähm, versteht, woher es kommt, und was irgendwie die Menschen zu dem gemacht haben, warum sie jetzt so unmenschlich sind, oder sowas, auch das ist schon mal ein Grund, ne, also jetzt nicht so verurteilen, das sind nur, das sind Tiere, und sowas, sondern, das hat sie zu Tieren gemacht, waren wir vielleicht auch ein Teil daran. Aber das Thema ist ja Mut, und das finde ich jetzt, wenn du sagst, also Philosophen finde ich gut, aber halt in dem Sinne auch die Wissenschaft, und, und, dass wir, wir müssen ja mit einem Umkehrschluss arbeiten, was weiß ich, wenn, wenn du über die Straße gehst, und die Straße ist belebt, da stellen wir auch eine Ampel hin, und bei Rot bleibst du stehen, äh, äh, selbst wenn du siehst, da kommt kein Auto. so, so, jetzt, wir leben aber immer nach, wir leben alles, alle Gesetze sind, alles ist so ausgeregelt, äh, die Folge heißt ja Mut, also positiv, Mut macht mir alles, wo immer, irgendwas, also, wir leben oft so, esoterisch daher, und sagen, ja, es gibt bestimmt einen Gott, und deswegen machen wir das, und, und ich gehe, ich lebe ja persönlich eher vom Umkehrschluss, solange für mich nicht bewiesen ist, dass es Gott gibt, muss ich doch eher nach dem System leben, es gibt keinen Gott, also, was fange ich mit dem Leben an, was ist ein Leben wert, und damit meine ich nicht meins, sondern das Leben von meinem Gegenüber, was ja dann eigentlich schon wieder sehr zu der christlichen Philosophie kommt, gegen die ich ja überhaupt nichts habe, und ich habe auch überhaupt nichts gegen jemanden, der an Gott glaubt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das finde ich total, das finde ich total toll, aber ich habe sehr wohl etwas dagegen, wenn, 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 das hatten wir neulich auch schon mal, wenn, du fängst hier einen Job an, und du musst, du musst Mitglied in der Kirche sein, oder musst vorgeben, dass du gläubig bist, oder im schlimmsten Fall sogar noch vorgeben, dass du katholisch bist, oder so, und, und das ist halt alles, das ist nicht in Ordnung, und mir macht jedes, der Abbau dieser, dieser, dieser Ideologie, das macht mir auch immer Mut, wenn ich irgendwas lese, dass, 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 dass da etwas wegfällt, das sind so Sachen, oder, oder, oder ich muss auch sagen, Journalismus, also von, also wenn Journalisten Sachen aufdecken, und, und, und die sich dadurch in eine Gefahr begeben, ne, solche Menschen machen mir auch irre Mut, weil, weil das sind natürlich, das ist ein Dienst an der Menschheit, ne, also wenn die halt eben, zum Beispiel das Korrektiv gerade, ne, das das aufgedeckt hat in Potsdam, da sind Massen auf die Menschen gegangen, und das gibt, finde ich auch, auch mir wieder Mut, also diese Bewegung gerade. Da hatte ich nicht, aber auch das, ich finde die auch super, ich unterstütze die auch total, das, was ich nicht gut fand, war Gedächtnisprotokoll, das ist so, weil ich genau weiß, das, das fügt, das fügt wieder den anderen, also das wird, werden, werden, werden die falschen Leute ausnutzen und sagen, die lügen und so. Ja, aber ist ja eigentlich mittlerweile egal, oder? ist niemals egal. Im Sinne von, dass der, die Protestfälle halt dadurch angestoßen wurde und dann geht's den meistens, lesen die die Gedächtnisprotokolle eh nicht durch, sondern sind durch die Headlines so angestoßen und was dann, Ich hoffe, du hast recht. Ja, also ich, ich glaube die wenigstens, ich glaube du unterschätzt, oder du überschätzt da den Wissensdrang der meisten, dass sie dann nochmal. Ich finde aber, wenn du da etwas aufnimmst, das finde ich schon total wertvoll, das finde ich besser. Ich hatte ja neulich schon mal gesagt, ich folge immer jetzt diesem gesprochenen Wort, weil, 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 weil Gedächtnisprotokolle werden von beiden Seiten oft im Moment, das hat eine Riesengefahr in einem Gedächtnisprotokoll. Ich wollte damit nur sagen, ich glaube diese eine Million Menschen, die letzte Woche auf der Straße gegen Rechtsextremismus waren, die allerwenigsten haben diesen Artikel von dem Korrektiv komplett durchgelesen und wissen, dass es Gedächtnisprotokolle waren, sondern da geht es dann, wer dabei war, worüber geredet wurde und das reicht dann. Ein letztes noch dazu, ich habe das glaube ich letztens schon, ich weiß glaube ich in dem Podcast gesagt, dass ich das Interview in der SZ gelesen habe mit so einem Wirtschaftswaisen aus Amerika, der damals auch 2008 den Crash vorher gesehen hat und da meinte, naja, spricht schon viel für den dritten Weltkrieg, was so die Wirtschaftlichkeit angeht und dann wurde aber gefragt, was ihm am meisten Hoffnung und Mut macht und dann war ich wahnsinnig überrascht ob der Antwort, aber er meinte ganz klar KI, das wird viele überraschen, aber gesellschaftliches Leiden wurde immer in der Geschichte durch technischen Fortschritt abgebaut und wenn man jetzt das klug nutzt und Dinge, Peter zeigt gerade auf sich, genau, und wenn man das gerade klug einsetzt, dann kann das für die Gerechtigkeit eine riesen, riesen Chance sein, dass wir technisch so weit sind mit der künstlichen Intelligenz und da habe ich dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, vielleicht ist es nicht nur der große Feind, sondern vielleicht kann es wirklich was bewegen und es ist der neue Evolutions, die neue Evolutionsstep, was die Technik angeht und was uns helfen kann als Menschen und was dann zu mehr Gerechtigkeit auch führen könnte. Nein, nicht nur Gerechtigkeit, auch Technik könnte uns ja eigentlich auch im Klimawandel total helfen, als wenn man das alles umdreht, also das sind ja so viele Sachen, eigentlich, ich bin absolut für genau dieser Fortschritt, der macht, ganz ehrlich, das Einzige, was mich immer optimistisch macht, ist genau dieser Fakt, dass ich denke, es könnte ja auch einfach diese ganze Scheiße, die negativ ist, irgendwie fürs Positive, also dass dann irgendwie, wie kann man das Wetter gut manipulieren, ohne dass es so eine Lawine gibt, indem man das so ausrechnet, dass es halt irgendwie, dass wir das doch irgendwie retten können, also da habe ich, deswegen will ich ja auch so alt werden, dass ich das noch erlebe, hoffentlich erleben kann irgendwie, weil ich das so spannend finde. Und ich finde damit, oder, mit diesem letzten Schluss. Oder Peter will noch was sagen, ich hatte ja Ulf gebeten, dass ich was sagen darf nach dir, aber hat er nicht mir erlaubt, aber ich finde deinen Schlusssatz auch schön. Nein, ich bin, also ich beschäftige mich total viel mit KI, mir macht das total Spaß, das ist so eigentlich mein größtes Hobby momentan. Und je mehr ich da rein wachse und wachsen darf und klar macht es einem auch ganz viel Sorgen, also weil ganz viele, was weiß ich, wenn ein junges Mädchen oder junger Mann mir jetzt sagt, er möchte Dolmetscher studieren, würde ich sagen, nee, mach mal lieber nicht. Aber ja, da sind auch ganz viele Vorteile. Ganz, ganz viele Vorteile. Schön. In dem Sinne, ich hoffe, der Podcast hat euch ein bisschen Mut gemacht, dass nicht alles verloren und alles grau ist. Das war so ein bisschen die Absicht dieser Folge. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin, abonniert uns doch mal. Lasst die Glocke klingen für Spotify und dann hören wir uns wieder, wie gesagt, nächste Woche. Danke euch beiden. Super. Wir danken dir. Tschüss. Danke. Das artige Mädchen saß zu Haus. Man sagte ihr, geh niemals aus, denn draußen ist's gefährlich. Du brauchst einen Mann, der dich beschützen kann. Einer, der dir sagt, hier geht es lang. Oh, 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 oh Marie. Glauben nie, die alten Märchen schrie ein Mann. Denn Marie, der wollte nie, dass ne Frau alleine Spaß haben kann. Marie, wir gehen tanzen, wir gehen raus in die Nacht. Marie, du darfst tanzen, ich liebe es, wenn du lachst. Das artige Mädchen leckte Blut. Mit Wut schrieb sie ihr erstes Buch. Marie läuft amok, Das Werk steht jetzt in jedem Haushalt und macht allen anderen Mut. Oh, 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 Marie, glaube nie, die alten Märchen schrieb ein Mann. Denn Marie, der wollte nie, dass das Frau alleine Spaß haben kann. Marie, wir gehen tanzen, wir gehen raus in die Nacht. Marie, du darfst tanzen, ich liebe es, wenn du lachst. Vielleicht gab es Marie auch nie. Und dieses Lied nur Utopie, wir brauchen dich so sehr. Marie, du bist ein Teil von uns. Gestern fand ich meinen Schlüssel. Marie, wir gehen tanzen, wir gehen raus in die Nacht. Marie, du darfst tanzen, ich liebe es, wenn du lachst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017